5 Sterne Fitness in ansprechendem Ambiente. Ein individuelles Programm für Ihre Ziele. Powerplate, Dance-Aerobic, Sauna oder Massage. Sicher ist auch für Sie genau das Richtige dabei. Ihr Fitnessland Siegburg Spitzenspiel zwischen Siegburg und Loma. Am Sonntag, den 13.11. fand das große Derby in der Kreisliga A zwischen dem SV Siegburg 04 und dem SV Loma im Walter-Mundorf-Stadion in Siegburg statt. Ein spannendes Spiel mit insgesamt sechs Toren wurde den Zuschauern geboten. Die beiden Tabellenführer nutzten jede Torchance. Von der Führung für beide Mannschaften bis zum Gleichstand war alles mit dabei. Ein Kampf auf Augenhöhe, der zugunsten des SV Siegburg 04 mit einem Spielstand von 4 zu 2 endete.